Was ist los? Ich hatte, jemand hat geschrieben, meine Tochter sagt sowas sagt man nicht und er guckt wohl, oder sie, ich weiß gar nicht, er guckt immer mit der Tochter zu und sagt so, eigentlich geht es dir ja normal zu, es sei denn Densen ist dabei oder Fischi spielt Spiele mit Luna Peruna. Äh, ja, das ist ab 18 alles, aber im absoluten menschlichen Bereich, ja und hier das ist so ein Pick-up. Ah, ah ja, stimmt. Buggy ist besser. Quatsch meinst du? Oder war das Leiche, ne? Mhm. Da waren auch Schüsse vor dir rechts. Ja, deswegen... Oh, hallo! Ja, wann war jemand neben dir? Ja. Oh. 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 Was war die in M4, wollte ich, ne? Ja. Was ist denn? Es sind zwei Sniper, die da liegen. Und ich bin nicht da. Ja. Ja. Ich bin da. rausgepatcht die M4. Oh, SKS. Oh. Aber will ich die spielen? Ja, will ich. Ja. Verstehe die Frage nicht. Will ich. Hallo. Was ist denn? Was ist denn? Das ist erschwerter Modus. Ich meine, die Kupilzeit ist auch ganz geil. Oh. Auto. Motorrad. Ich werde wütend. Ich muss irgendwas. Ich brauche so einen Stressball gerade oder so. Oh, Pansi, guck mal. Die erste Stufe von der SKS, die ich noch nie auflevelt, ist ja, dass die Aufsätze auch anders aussehen. Ja, der Schally. Guck mal, der Schally. Ja, voll mega. Ja, ich sage, oh. Was denn? Da hat jemand was mit Motor aus.